Mittlerweile gibt es ein Endergebnis für die Parlamentswahl in Polen und in diesem Video wollen wir uns natürlich dieses Endergebnis auch mal genauer anschauen. Aber bevor wir das tun werden, muss ich erst einmal etwas zu Parteien und besser gesagt zu Parteienbündnissen in Polen sagen. Denn Parteienbündnisse sind sehr typisch und ihr seht hier fünf Parteienbündnisse aufgelistet. Und das sind die fünf Parteienbündnisse, die alle 460 Sitze des Parlaments unter sich ausgemacht haben bei dieser Wahl. Und das ist nichts Untypisches, denn schon bei der letzten Wahl 2019 sind 459 von 460 Sitzen an genau diese fünf Parteienbündnisse gefallen. Ja, was haben wir hier für Bündnisse? Wir haben einmal die Neue Linke, dann haben wir die Bürgerkoalition, dann haben wir den dritten Weg, die Vereinigte Rechte und die Konföderation der Freiheit und Unabhängigkeit. Und ihr könnt hier sehen, welche Parteien dahinter stecken und für was für einen Politikstil, was für eine Politikrichtung sie stehen. Und ich schätze mal, dass die bekannteste Einzelpartei innerhalb dieser Bündnisse die PiS ist, die regiert ja jetzt schon einige Zeit in Polen und die stellt mit Mateusz Morawiecki auch den amtierenden Ministerpräsidenten. Und die PiS, ja, die regiert ja jetzt schon einige Zeit, die hatte bei der letzten Wahl 235 Mandate holen können, hatte also eine absolute Mehrheit erzielt. Und jetzt hat sich eben quasi als Gegenpol so eine Dreierkoalition herauskristallisiert, bestehend aus der Bürgerkoalition der Neuen Linken und dem dritten Weg, die eben zusammen angetreten sind, um diese PiS-Regierung jetzt abzulösen, um einen Politikstilwechsel auch in Polen herbeizuführen. Und ob das jetzt geklappt hat, für diese drei Bündnisse tatsächlich eine absolute Mehrheit zu erzielen oder nicht, das schauen wir uns jetzt in diesem Video tatsächlich an. Also, schauen wir zunächst mal auf das Parlament. Ihr habt eben noch vielleicht gesehen, es gibt auch noch eine Spalte mit dem Senat. Ich kann noch mal zurückgehen. Es gibt hier eben die Spalte mit einem Senat-Ergebnis von 2019. Aber der Senat spielt in Polen nicht eine so bedeutende Rolle, denn er kann bei der Gesetzgebung eben vom Parlament übergangen werden in gewisser Weise. Also das Parlament kann ohne den Senat Gesetze beschließen. Deswegen ist erstmal das Ergebnis der Parlamentswahl hier in diesem Sinne erstmal sehr, sehr wichtig. Wir schauen uns aber dann auch nochmal das Ergebnis im Senat an. Also, wie ist es denn ausgegangen? Zunächst einmal gilt es festzuhalten, dass die Wahlbeteiligung dieses Mal deutlich höher lag als 2019. 74,4% sind es gewesen. Das ist ein Plus von 12,7 Prozentpunkten. Die Neue Linke muss mit Verlusten leben, deutlichen Verlusten tatsächlich. Das werden wir gleich sehen. 8,6% sind es. Es reicht, um an Sitze zu kommen im Parlament. Die Bürgerkoalition erreicht mit 30,7% den zweiten Platz. Das sind Zugewinne. Der dritte Weg legt deutlich zu, kommt auf 14,4%. Die Vereinigte Rechte mit eben der PiS kann Rang 1 verteidigen, allerdings unter großen Verlusten. 35,4% sind es. Und die Konföderation hält im Prinzip das Niveau der letzten Wahl, kommt auf 7,2%. Die Sonstigen legen zwar zu und kommen auf 3,7%, aber ich habe es ja schon gesagt, die Sonstigen Parteien haben dieses Mal überhaupt keinen Sitz geholt. Ja, Gewinne und Verluste können wir hier sehen. Die Vereinigte Rechte hat das größte Minus, minus 8,2 Prozentpunkte. Die Neue Linke hat auch noch ein sehr deutliches Minus, minus 4 Prozentpunkte. Die Konföderation, wie gesagt, hält das Niveau, plus 0,4 Prozentpunkte. Und dann sehen wir hier noch drei größere Gewinnbalken. Die Sonstigen kommen insgesamt auf ein Plus von 2,7 Prozentpunkten. Und ja, die Bürgerkoalition und der dritte Weg, das sind die größten Sieger in gewisser Weise bei dieser Wahl, plus 3,3 und plus 5,8 Prozentpunkte. Aber all diese Plusse nützen ja natürlich der Bürgerkoalition und dem dritten Weg nicht, wenn am Ende keine absolute Mehrheit bei Rausch springt für ihre Dreierkoalition zusammen mit der Neuen Linken. Also schauen wir mal, wie die Sitzverteilung aussieht. Wie gesagt, 460 Sitze gibt es ja im Parlament. Davon entfallen 26 auf die Neue Linke, 157 auf die Bürgerkoalition, 65 auf den dritten Weg. Die Vereinigte Rechte kommt auf 194 Sitze und die Konföderation kommt auf 18 Sitze. Und man kann das hier eigentlich schon erkennen, dass es für diese drei Bündnisse reicht für eine absolute Mehrheit. 248 Sitze hat man geholt und das reicht für eine absolute Mehrheit. Das heißt mit anderen Worten, die Vereinigte Rechte hat die absolute Mehrheit klar verfehlt. Auch eine Zusammenarbeit mit der Konföderation, das war ja im Vorfeld eine Möglichkeit, wie man womöglich weiterhin regieren könnte, ja, fällt weg. 212 Sitze sind es ja in Anführungszeichen nur. Und es sieht ebenso aus, als könnte dieser Politikwechsel, der angestrebt worden ist, auch durchgeführt werden. Also die Neue Linke, die Bürgerkoalition und der dritte Weg verfügen eben über eine absolute Mehrheit, eine klare auch obendrein. Und Donald Tusk könnte also neuer Ministerpräsident von Polen werden. Das ist ja nicht das erste Mal, dass er tatsächlich in Polen regieren würde. Ja, und jetzt schauen wir aber trotzdem nichtsdestotrotz auf den Senat. Wie gesagt, der spielt bei der Gesetzgebung in dem Sinne nicht die entscheidende Rolle, weil das Parlament den Senat übergehen kann. Trotzdem schauen wir mal auf das Ergebnis. Auch hier sehen wir, dass die Wahlbeteiligung deutlich nach oben gegangen ist. Plus 12,6 Prozentpunkte auf 74,3 Prozent. Und wir sehen hier bei den einzelnen Ergebnissen die Neue Linke bei 5,3 Prozent. Die Bürgerkoalition 28,9 Prozent. Der dritte Weg 11,5 Prozent. Die Vereinigte Rechte 34,8 Prozent. Ist auch hier stärkste Kraft geworden, aber auch unter deutlichen Verlusten. Die Konföderation 6,8 Prozent. Und die sonstigen 12,7 Prozent. Also sonstige haben beim Senat aufgrund der Art, wie dort gewählt wird, doch eine größere Chance auch Sitze zu ergattern. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind Neue Linke, Bürgerkoalition und dritter Weg gemeinsam angetreten bei der Senatswahl. Aber man möge mich da auch tatsächlich korrigieren, wenn das falsch ist. So, Gewinne und Verluste können wir hier sehen. Hier hat die Bürgerkoalition tatsächlich doch deutlich verloren. Minus 6,8 Prozentpunkte. Aber Neue Linke und dritter Weg machen zusammen diese Verluste wett. Und dann kommt diese Dreierkoalition auf ein Plus von 2,0 Prozentpunkten. Die Vereinigte Rechte hat fast 10 Prozentpunkte verloren. Die Konföderation hat ein deutliches Plus von 6 Prozentpunkten. Und die sonstigen kommen auf ein Plus von 1,8 Prozentpunkten. Und schauen wir auf die Sitzverteilung im Senat. 100 Sitze gibt es, 51 sind zur absoluten Mehrheit. 9 fallen, also 9 Senatssitze an die Neue Linke, 41 an die Bürgerkoalition, 12 an den dritten Weg. Die Vereinigte Rechte kommt auf 33 Mandate. Die Konföderation holt überhaupt keinen Sitz. Und sonstige Kandidaten konnten 5 Sitze holen. Und damit ist es auch hier so, dass im Senat sogar alleine die Bürgerkoalition und der dritte Weg eine absolute Mehrheit haben. Zusammen mit der Neuen Linken verfügt man auch im Senat über eine absolute Mehrheit. Aber entscheidend ist eben, was, und da gehe ich mal zurück, an dieser Stelle hier passiert ist, bei der Parlamentswahl. Und da haben auch diese drei Bündnisse eben am Ende einen Sieg einfahren können. Man hat eine absolute Mehrheit und man wird sie jetzt wohl auch zu nutzen wissen.